Herzlich Willkommen in unserem wunderschönen Tonstudio Ich bin Enrico, das ist Jens Wir nennen uns die Testoleros Abonniert diesen Kanal, wenn ihr einen ehrlichen und seriösen Test haben wollt Das ist auch das, was wir auf jeden Fall wollen. Bei uns auf unserem Kanal geht es darum Apps zu testen Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben und mal anfragen, was ihr denn gerne getestet haben wollt und dann werden wir mal sehen, ob wir das denn testen können so ein Dillo oder so werden wir jetzt nicht testen oder Produkte, die halt über unserem Budget sind ist auch nicht machbar Aber wenn es denn so Apps oder so, was kostenlos ist oder einen geringen Preis hat, können wir natürlich gerne testen Genau Und nicht vergessen Liken, abonnieren, kommentieren Genau Und zwar testen wir einfach aus dem Grund, weil wir uns gesagt haben die ganzen Reviews, die ganzen Tests da kommt man dann manchmal an den Punkt, wo man sich wundert wie kommen die auf dieses Fazit, auf dieses Ergebnis wie können die sagen, dass das gut ist, obwohl das scheiße ist und aus diesem Grund, um euch davor zu bewahren Produkte zu kaufen, die einfach nur schlecht sind und die nicht das halten, was versprochen wird dafür sind wir da damit wir für euch testen damit ihr auf der sicheren Seite seid damit ihr wisst, ob es gut ist oder schlecht weil wir einfach die Schnauze voll haben von irgendwelchen gekauften Reviews das ist ja so wahr und Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und wenn euch das Video nicht gefallen hat, was machen wir denn? leitet trotzdem oder schreibt einfach eure Kritik in den Kommentaren weil wir sind ja auch auf euch angewiesen damit wir auch natürlich sehen, wo ist Bedarf wo können wir besser werden und so weiter Bis demnächst